oh mein hier ist auch noch einer ich weiß das schon er hängt in der wand wer schießt da oben morris auf dem dach scharfschütze ein digger liegt hier viel die 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 oh heilige schlösser soll ich hier stehen bleiben oder so Ja hallo, hallo, hallo. Bist du eigentlich schon hier oder? Oh, bist du schon bei mir irgendwo? Oh, bist du schon bei mir? Oh, Moris, wo bist du? Oh, das war der Kanonfick eigentlich schon da oder? Ich laufe ein bisschen auf dem Dach rum. Oh, okay. So. Okay. Nein Ich warte mal hier Ja gut Hier ist nichts kann ich nicht eigentlich jetzt aber schnell zu josef gas klinik wieder weiter weg ist es noch bis zum bus was man was davon gehört gegner das zu kauf wir werden keine kugel geschossen ja ich nicht ja ich nicht ich bete du kommst du hast zombie army 1278 gerettet pass auf kanone oh heiliger ich habe für dich einen geschlag eingesteckt bitteschön müssen wir da jetzt rein oder gehst du noch ich war noch nie so voll ans achten würden jetzt hier gegner kommen ich glaube man könnte sie damit kehren müssen hier lang oder ich höre diese finsteren sch ich habe das ist eine verdammt große treppe leitermann sehe ich ich bin fast weitergelaufen wie jetzt das entgegen ein online spieler der wartet auf was finsteres oder das ist Habt ihr eine Schraube locker, oder ist das heuer? Wie konnte er mich jetzt hauen? Ich geh mal ein bisschen weiter nach hinten Hab für dich genug, hab für dich genug Gift Hä, der greift dich an! Ne, der geht zu dir! Oh mein Gott! Habt mich leicht! Digga, der macht mich hier fertig! Digga, der liegt immer noch! Ach! Endlich! Aua! Ja, habe ich! Aua! Hat das wehgetan! Moritz! Er hat mich achtmal in die Fresse geschmissen! Ach! Ah, hier! Die Klockenfrau! Okay! Ich bin weiterlaufen! Ich bin zweiter springen! Können wir hier runterspringen, oder? Warte kurz! Mit wie viel Power brauche ich die Kanone? Ähm, was brauche ich dafür? Stärke, ne? No, Stärke? Ne, gut! Ach, es ist so eine Schlange! Ach, es ist so eine Schlange! Was sind wir jetzt bei den Schlangegegnern? Nein, hör auf zu beten! Hier drin! Ah! Mag es diese Fähigkeit keiner sein? Soll ich ihn gleich benutzen? Erstmal alleine und du machst erst mal den Weg frei, oder? Ah ja, hier ist die Tür und dann kann ich immer wieder zurück, ne? Ich glaube, hier waren ja nur zwei Fackeln, ne? Da komme ich mit die Habe! Die Nächte, ja! Also hier das Gewirn muss vernichtet werden, wie und dieser und... Okay, ich habe mit ihnen geredet! 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 Okay, ich habe mit ihnen geredet!